Wenn du schnell auf lustige Art Deutsch lernen und verbessern willst, dann ist dieser Roman mit Übungen ideal. Bist du ungeduldig? Alarm in Dresden. Alles ist kaputt. Zimmer, Fenster, Türen, Treppe, Dach. Das Haus sieht schrecklich aus. Nur die Fassade ist dead. Und mitten in diesem Chaos liegt Paul. Er braucht die Rinderhilfe. Aber Polizei, Feuerwehr, Sanität, Ärzte und Zivilschutz haben viel zu tun. Denn andere Menschen warten auch auf Rettung. Wann retten sie Paul? Bei Amazon vor Rettig.